Vielleicht ist ja das das Problem gewesen, warum wir keine Monster sind. Ach, hätte ich da wohl mal eher drauf geachtet. Naja, nicht so schlimm. Das wird ja jetzt nicht das erste und auch nicht das letzte Mal sein, dass wir hier fehlen. Ich kann ja schon mal mein wunderschönes Schwert in die Hand nehmen. Ja, im Hintergrund hört die Katze, wenn ihr sie gehört habt. Ich bin total fasziniert. Aber so wie es aussieht, ist es auch nur... Oh, Kohle! Sehr gut. Es ist auch nur eine Insel. Von hier sind auch nirgendwo Bäume. Naja, also sie sind echt nur diese Pilze. Ich werde gleich mal hier an Land gehen. Ich werde nochmal ein bisschen rundherum schwimmen mit dem Boot. Sind die da in der Luft? Ne, ist nur Schatten. Noch mehr Kohle. Sensationell. Ich bin begeistert. Also hier werden wir auf jeden Fall erst mal schauen, was da noch so ist. Aber so wie es aussieht, sind ja eigentlich nur Pilze. Ein paar Kühe werde ich dann noch... ...kaputt machen. Ups, 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 ups. Nicht drehen. Aha, aha, aha. Und da werde ich auch ein bisschen versuchen hier, Erde und... Heißt das Pilzgeflechte? Heißt das so? Werte ich ja auch mal mitnehmen. Oh, ich werde da gleich mal, äh, landen. Volle Kraft voraus und dagegen. Und, hopp. Genau. Hopp. Oh, bist du schnuffig. Gib mir dein Fleisch. Und dein Leder, genau. Ja, damit. Alles meine. Hey, rennt doch nicht weg. Keiner tut dir was. So. Nirgendswo sind da aber Zombies. Komisch. Was hab ich denn jetzt? So ein bisschen schwierig. Mhm, mhm, mhm. Okay. Ei. Unser Messer, äh, Messer sag ich schon. Unser Schwert ist gleich alle. Ich mach mehr. Also jetzt hab ich's schon genommen. Nee, egal. So. Und daraus könnte man sich ja, so, zapp. Lederstiefel. Die ziehen wir jetzt gleich mal an. Wunderhübsch. Wunderhübsch. Und weg damit. Genau. Und nochmal das Schwert nehmen. Ich pack das mal vorsichtig hin, weil das wird ja gleich bei mir beim erstbesten Angriff kaputt gehen. Und was mir grad einfällt, ich könnte ja gleich nochmal ein Bett bauen. Ach, Quatsch, was mach ich denn? So rum. Unser Bett. Genau. Denn ich möchte natürlich, äh, auch wenn jetzt hier grad keine Monster sind, trotzdem sehr gerne, äh, die Nacht zu Tage machen. Denn man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So, mal hier hoch. Hopp, wunderbar. Komm mal hier hoch. Super. Alles voller Pilze. Die Nacht geht bald und dann brauchen wir uns auch nicht mehr schlafen legen. Dann lohnt sich das ja schon gar nicht mehr. Und ja, nicht irgendwie verletzen. Muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Und dann, wenn es Tag ist, werde ich dann gleich mal mich hier ran machen und ein bisschen abbauen. Natürlich dürfen wir jetzt auch nicht allzu verschwenderisch sein mit, äh, unseren Werkzeugen. Denn hier sind auch keine Bäume. Nichts. Na, das kann ja was werden. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. ins Prünstick oder in Prünstick oder naja, irgendwas mit Prüsten. Äh. Dass ich hier noch irgendwas Waldiges finde. Ach, was? Ach, hab ich mich erschrocken. War ja noch schon. Dass, äh. Äh. Oh. Uh. Dass hier irgendwie was kommt. Ich denke mal, ich brauche das Schwert jetzt nicht mehr. Dass hier noch irgendwas mit Wald kommt. Huch. Falscher Knopf. Ist nur ganz normale Erde. Na toll. Ach, na toll. Und das? Ach, na toll. Hm. Ja, nicht runterfallen. Ja, nicht runterfallen. Ich wollte eigentlich mal ganz hoch. Komm ich. Hier. Oh. Ich. Hopp. Und hopp. Und hopp. Oh, da hab ich mich erschrocken. Du dumme Kuh. Und wie fällt man denn ab? Oh. Was hab ich denn jetzt? Nix. Nix. Doch, jetzt. Fils. Ne, bringt's. Ne, jetzt auch nicht was. Wirklich. Toll. Toll. Und nun? Irgendwo hatte ich natürlich... Ach du Scheiße. Ja, nicht runterfallen. Hm. Alles fleisch. Das Salz hier, das Sushi. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Aber. Ähm. Ja, ich denke mal... Kohle. Jawoll. Aua. Ach, herrje. Ja, super hab ich das jetzt gemacht. Äh. Oh, Mann, ey. Gut, dazu sag ich jetzt nichts. Also Kohle nehmen wir uns auf jeden Fall noch mit. Ohne Kohle, ne? Ohne Moos nix los. Zack, die nehmen wir auch noch mit. Her damit. Genau. Irgendwo war doch jetzt hier an der Seite auch noch was. Da war noch was. Ich hab's gesehen. Oh, noch mehr. Super. Immer her damit. Ist ja nicht so, dass man's nicht gebrauchen könnte. Steine möchte ich jetzt eigentlich noch nicht abbauen. Also nicht mehr als ich nicht muss.